Wir beide werden uns trennen müssen, oder? Immerhin gibt es keinen Grund, den Vertrag aufrechtzuerhalten. Die Trennung steht fest. Du hast Fieber. Schlaf jetzt besser. Aber ich bin nur noch gar nicht fertig. Was denn noch? Ich weiß nicht wieso, aber in letzter Zeit kreisen meine Gedanken oft um dich. Aber nicht darum, wie du mir nützlich sein kannst. Noah? Liebe und Schicksal gehören zu den Dingen, die wir am besten selbst... ...in die Hand nehmen. Das wird heute nichts mehr. Soll ich dich vielleicht von deiner Erkältung heilen? Indem ich dir ermögliche, sie an mich weiterzugeben. Ich tue das jetzt also nur wegen deiner Erkältung. Kelton. Jahre? Ja? Wobei! Vielen Dank.